Hallo und Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal eine Spinntourn Fortnite. Als erstes wollte ich euch zeigen. Ich habe 7244 Goldbarren und ich bin auf Level 112 und ich habe hier mehrere Vorlagen. Als erstes zeige ich euch alle, also das ist es ein Disgroot. Dann gibt es noch diese alle Arten. Keine Ahnung wie die heißen. Wir lassen es aber dort. Dann zeige ich euch kurz mal alles was ich hier habe. Also das, das, oh ja. Die Augen sind komisch, die werden so groß. Ich glaube ich überspringe die und zeige die Tänze. Den hat eigentlich jeder, wenn er online war an den Tag und hat er ja nicht. Okay, das ist ein cooler Glitch. Schaut mal. Warte, nein. Wir machen das hoch. Das. Ein cooler Glitch. Dann habe ich das alles. Ich zeige euch gleich noch alle meine Skins. Hab den Sitztanz. Den, wo er die Zahlen zeigt. Dann da, wo er wiegt wird. Ein Fangkuchen tut Sand essen. Gut, schau mal. Die Volltanz. Wir lassen es aber erstmal dort. Und hier kann ich sehen, wer, nee. Warte, wir zeigen erstmal meine Backblings. Den haben wir, oder ich zeige dir einfach später. Aber schaut mal. Wenn ihr den da, oder ich zeige die, die ihr noch nicht gesehen habt. Ich zeige Kapitel 2, Season 3 spiele ich. Also 2 Seasons. Dann gibt's den. Den. Den gibt's noch. Dann meine Pick-Axte, die ich nie wirklich benutze. Ähm. Das. 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 Ähm. Ja. Dann habe ich das dann mal bekommen. Und das da. Jetzt. Natürlich habe ich viele. Tor und so weiter. Und jetzt. Zeige ich euch alle meine Vorlagen. Also ich habe einmal den. Den. Cool Cake. Dann. Eine. Vorlage mit gar keinem Skin. Die Vorlage, die mein Bruder nutzt, wenn auf Marokkan spielt. Mandels. Predator. Condor. Mandalorian. Lexa. Mave. Riese. Snowmando. Funko. Frost. Und. Diamond Diva. Ich fange glaube ich dort an. Also so sieht sie aus. Das ist ihr Backblink. Ihr Pick-Axt. Der Gleiter. Und so dieses Musik-Ding. Und das noch. Der Überzug. Von den Waffen. Und natürlich den Icon. Und natürlich den Icon. Von. Man Cake. Dann. Sie. Ich gehe einfach schnell durch. Auch das Schnee. bei ihr. Bei ihr habe ich schon. Die. Bei 110 habe ich sie bekommen. Die Schuze ist blaue. Und die Flügel sind cool. Sie hatten ja kein eigenes. Hier. Ich habe die orangene Version schon. Mh. 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 War ziemlich verwandelt. Mh. 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 Nein. Dann kommt jetzt Condor. Hab den grün. Und jetzt. Seine andere Version. Ups. seine andere version die mag ich auch ich habe die allererste goldene pickaxe in fortnite dann wird das so ein typ der eigentlich alles in gold hat warte aber ich will euch ein glitsch zeigen jetzt kommt noch was er tut eine unsichtbare maske auf seine maske drauf ist irgendwas komisches als die vielleicht reparieren sollen ich mag die animation beim drehen leiter wie sollte das an option weil er keine eigens hat dann natürlich den kohlen man cake ich zeige euch einfach die vorlage die mein bruder nutzt er mag den mendes ich mag den nicht dafür nutzt er auch dies mendes und ich nehme das jetzt schon es gab ja mal das battle pass video und mein ziel ist es dorthin zu bekommen um den eingefrobenen märmkeit zu bekommen schau und bis zum nächsten video ich würde mich auch noch freuen wenn du ein like da lässt abonnierst und die glocke aktiviert